Hallo, hier ist Ron Good. Wir sind eine multinationale Kooperation, spezialisiert in der Katering und Hospitalitätsindustrie, mit über 15 Jahren Erfahrung. Für alle Ihre Restaurants brauchen Sie, in unserem Kanal, viele Lösungen für Sie. Seid uns jetzt. Steve Lung für TAR Collection Dieses Esstischstuhlset aus der Steve Lung für TAR Kollektion von Theodor Alexander ist aus erlesenen Materialien und exquisiter Verarbeitung gefertigt. Ganz wie es der Name Luxury of Serenity vermuten lässt. Der Designer erforscht weiterhin den persönlichen Raum und das Vergnügen und präsentiert hochwertiges und elegantes Möbeldesign. Steve Lung für TAR Collection Die Zweischichtisch-Tischplatte des Tisches ist aus weißem Karara-Marmor gefertigt. Dessen natürliche Textur und Wärme ein Gefühl der Entspannung vermitteln. Die Tischsäulen sind mit Leder umwickelt und mit einem klassischen Rauten-Steppmuster verziert. Was der Gesamtform eine tuto-ähnliche Anmutung verleiht. Der Sockel aus Bronze fällt anmutig zu Boden und bietet starken Halt. Steve Lung für TAR Collection Die Rückenlehne des Stuhls ist elegant geschnitten, um zwei schüchternen Blütenblättern zu ähneln und mit feinem Leder bezogen, um eine subtile Textur zu erzeugen. Der Sitz ist sowohl in Wildleder als auch in Leder erhältlich, und zwar in einer Vielzahl von Stoffen und Farben, um ihnen das ganze Jahr über ein frisches Gefühl zu vermitteln. TAR Studio Serie Die ursprüngliche Marke von Theodor Alexander. Die TAR Studio Kollektion ist eine elegante Farbpalette mit minimalistischen Designs, die einen modernen, entspannten und komfortablen Lebensstil zeigen. TAR Studio Serie Der Esstisch hat eine Holzplatte mit Edelstahl für eine entspannte und moderne Wohnatmosphäre. Die Säulen sind in Gold oder Silber erhältlich. Die Tischplatte aus schwarzem Buchenholz ist dezent und unaufdringlich. Mehrere rechteckige Stahlstangen verbinden die Tischplatte mit dem Untergestell. Und die saubere Linienführung des Tisches wertet den Raum auf subtile Weise auf. TAR Studio Serie Dieser Esszimmerstuhl erhebt den Minimalismus zur Kunst. Das schlichte Design der hohen Rückenlehne, das sehr bequem ist. Der sanfte und vielseitige Kardamomstoff und die starken Beine aus schwarzem Buchenholz sorgen für eine moderne und entspannte Es-Atmosphäre. Er ist auch in Dunkelgrau erhältlich und wirkt in Kombination mit dem silbernen Tisch oben ganz anders. TAR Studio Serie TAR Jamie Drake Kollektion Die TAR Jamie Drake Kollektion von Theodor Alexander ist kühn und innovativ in der Verwendung von Formen, Farben und Elementen, mit Farbspritzern und metallischen Texturen, um ein dynamisches und wunderschönes Esserlebnis zu schaffen. Die Kombination von alten und neuen Stilen und die leuchtenden Farben, die Designer abschrecken würden, machen seine Arbeit zu einer Freude für das Auge. TAR Jamie Drake Kollektion Dieser Esstisch greift in seiner Gesamtform auf moderne Brücken zurück und nutzt architektonische Mechanik, um die Hauptstruktur zu umrahmen. Die Tischplatte ist aus traditionellem Massivholzparkett handgefertigt, um die natürliche Maserung des Ahorns sichtbar zu machen. Die robusten Spiralbeine sorgen für ein starkes Gefühl der Stabilität und die aufwendige Ausführung in antikem Messing verleiht ein Gefühl der Wertigkeit. Die Tischplatte ist sowohl in quadratischer als auch in runder Form erhältlich und ist eine beliebte Wahl. TAR Jamie Drake Kollektion Der Sitz und die Kissen sind aus hochelastischem Schaumstoff mit einem weichen Griff aus einer ersten Schicht Rindsleder. Die Stühle haben eine innovative Kombination aus zwei Beinformen. Einem Spiralbein vorne und einem klassischen Bein hinten. Für einen extrem schicken Look. Die spiralförmigen Beine sind vollständig mit massivem Messing ummantelt und gealtert, um dem Raum eine künstlerische Ästhetik zu verleihen. TAR Michael Böhrmann Collection If you are interested in our videos, remember to follow us. Ron Good, more than 4,500 restaurants choice. We will keep surprising you. See you. TAR Michael Böhrmann